Und es ist ekelhaft hier. Das gefällt mir nicht. Was? Prompto? Oh, fuck. Nein, 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 nein. Hau ab, hau ab, hau ab, hau ab. Scheiße. Hier läuft irgendwo was rum. Okay, da läuft was rum. Prompto, Mann, warum rennt der weg? Oh, Mann. Kommt der? Ich muss mich verstecken. Du musst dich nicht verstecken. Scheiße. Du musst dich nur ein bisschen wehren. Was soll die Scheiße? Warum verballert der so viel? Du Penner, wie soll ich mich verstecken vor dem? Ich kann auch einfach wegrennen, oder? Renn, renn, renn. Oh, scheiße. Die Türen lassen sich ja nicht öffnen. Wie zur Hölle kann ich den nur umbringen? Der kann mich ja gar nicht schlagen. Der kann mich ja gar nicht schlagen. Der kleine Scheißer. Was ist denn los? Dann warten wir einfach, bis unsere MP wieder oben sind. Und dann tönen wir den. Ich weiß leider nicht, wie viele MP wir brauchen. Gerade hatten wir ja ein bisschen was. Und da hat es leider nicht gereicht. Wir warten mal, bis die so ein bisschen höher sind. Denn auch der wird irgendwann tot sein. Laden wir die einfach. Ach komm, das reicht doch, oder? Das muss eigentlich reichen. Ach komm. Woher kam die bitte jetzt? Nicht euer Ernst. Oh nein, der krabbelt, wie eklig. Oh nein, 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 nein. Oh, fuck, 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 fuck. Verreckt du dumme Sau. Ah, nee, das geht bei dem nicht. Naja, komm, wir machen es mit Ausweichen bei ihm. Ach nein, was ist denn jetzt? Puh, beide tot, okay. Dann können wir ja weg. Schande, ey. Autorisierungsfehler. Um Türen und Schalter zu aktivieren, brauchst du eine ID-Karte mit den entsprechenden Sicherheitsstufen. Zugangsberechtigung dieser ID-Karte, Stufe 1. Ich habe keine andere ID-Karte und hier liegt jetzt nicht auch zufällig mal eine rum, ne? Nee, tut sie nicht, aber wir speichern das mal ab. Natürlich nur aus Sicherheitsgründen. Ich möchte ja nur ungern jetzt den Löffel abgeben. Hm. Ja, Prompto verfolgen, wo ist denn Prompto? Dicker, wo bist du denn hin? In dieser Richtung. Dieses Gerät, Sicherheitsstufen, müsste gehen. Ah, können wir unsere ID-Karte da reintun? Ah, wurde auf Stufe 2. Zugangsberechtigung auf Stufe 2 erhöht. Berechtigung zum Öffnen von Zugängen der Stufe 2. Okay, sehr schön. Dann können wir das ja jetzt machen. So, direkter Kampf gegen diese Mistviecher ist echt mies. Äh, nee. Irgendwie bin ich hier falsch. Hier war ich doch schon. Aber ich hab versucht, mich zu verstecken. Der Drecksack hat mich trotzdem gefunden. Also wenn wir einmal von denen erwischt werden, haben wir eigentlich... eigentlich keine Wahl, als gegen sie zu kämpfen. Da ist er. Das ist doch wieder nicht der Echte, oder? Ach, komm schon, Prompto. Ich frage mich, ob Prompto noch lebt. Ich geh davon aus, dass Prompto lebt. Oh, dieses Ausweichen und gleichzeitig dem Gegner Schaden ist cool. Man muss eigentlich gar nichts machen, außer zwischendurch mal den Ausweichknopf zu drücken. Man sollte ihn dann aber auch drücken. So kann man die erledigen. Jetzt ist Prompto natürlich weg. Die Türen kann man nicht öffnen, oder? Autorisierungsfehler. Ja, ja. Zugangsberechtigung dieser ID-Karte Stufe 2. Da ist Prompto. Scheiße. Das kriegen wir anders hin. Oh, da ist was. Bevor wir da reingehen, gucken wir uns mal... Ah, nee, das ist ja nur so ein einzelner Raum. Dann ist okay. Da gehen wir rein. Oh, fuck. Scheiße, ey. Ach, hier kann man sich durch... durchschlängeln. Ja, gut, dann. Da ist Prompto. Kumpel, ich bin gleich bei dir. Du sitzt nämlich hier. Du saßt auf jeden Fall hier. Wahrscheinlich nicht mehr, hä? Wie, was... Was? Der hat den da oben gebracht? Okay, wir machen das anders. Oh, nein, oh, nein, oh, nein. Geh weg von mir, du dummes Stück Scheiße. Ich muss hier weg. Mach doch. Warum geht das nicht? Nein! Ja. Okay, okay. Mh, mh. Alter, was Mistfies. Und er hat mich eingefroren. Natürlich. Du Schweinevieh. Es stirbt nicht. Es stirbt einfach nicht. Habe ich nicht irgendwas, was unsere MP auffüllt? Ja, das soll nicht alles heilen. Ich meine, das soll nur meine MP... Magieverstärker. Das ist doch ganz gut, oder? Ja. Ja. Damit verbrauchen wir keine MP. Und du Stück Scheiße... Verreckst. So. Hat sich doch gelohnt. So, weg mit dem Schweinehund. Ähm... Prompto... Kann ich hier drüber hüpfen? Da ist er doch. Warum kann ich da nicht hin? Ach, komm. Ich muss hier kämpfen und... Dann kann ich nicht mal hier über diese Kisten springen. Um da rüber zu kommen. Hätte ich das gewusst, ey, dann. Hey, ich kann auch nicht mehr zurück. Was? Ah, ich kann mich hier durchquetschen. Prompto, mein Freund. Ich habe das Gefühl, der ist da nicht mehr. Doch. Da ist er doch. Okay. Na ja, das war ja klar. Das ist... Nur eine Täuschung. Nochmal von vorne. Hm. Aber hier können wir unsere ID-Karte verbessern. Zugangsberechtigung auf Stufe 3 erhöht. Berechtigung zum Öffnen von Zugängen der Stufe 3. Dachtest du denn, lieber Freund, wäre tot? Nun, wenn du weiter so trödelst, dann ist er das vielleicht bald. Was bist du denn für ein Arschloch? So. Ah, da ist noch was. Okay. Wir trödeln doch überhaupt nicht, Mann. Ich hatte ihn doch schon. Aber dieser komische Typ ist wahrscheinlich ein Meister der Täuschung, denn... Ich bin mir nie sicher, ob der gerade wirklich da ist oder ob der einfach... Ich bin mir nicht ne gute Falle. Ah, da kam... Was meinst du? Vielleicht war das am Ende doch dein Freund. Ja, das hier ist keine Falle, du blöde Sau. Okay. Hier hinter sind. Ne, jetzt auch nichts. Cool. Irgendwo sind auf jeden Fall... Feinde. Hier. Ne. Eigentlich habe ich fest damit gerechnet, dass hinter irgendeiner Tür... wieder... etwas lauert. Oh, hier lauert was. Okay. Ach, du kleiner Scheiß-Typ. Je schwächer die Gegner... desto schneller sterben sie mit der Magie. Diese dicken Brocken brauchen halt auch dann mehr Magie-Punkte, bis sie... endgültig tot sind. Halt den Mund. Halt den Mund. Echt jetzt? Na gut, dann spielen wir das Spielchen. Warum nicht? Ups. Das Problem ist, ich muss das drücken, wenn es soweit ist. Weil wenn ich den gedrückt halte, verliere ich die ganze Zeit Magie-Punkte. So, einmal noch. Ne, nochmal. Okay. Man kann hier nicht mal mehr so springen, wie man sonst springt. So, dass man mal... ein bisschen schneller vorankommt. Nein. Der springt ganz komisch. Nicht vorwärts. Fast nur gerade hoch. Oh, shit. Ah, da können wir abspeichern. Und da geht's dann weiter. Ja gut, speichern wir erstmal ab. Gibt's was einzusammeln hier? Ne. Wie immer nicht. Ah, da, 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 da. Da speichern wir mal ab. Wunderbar. Und da brauchst du gar nicht erst zuzugehen. So. Wir müssen prompto haben. Gladio ist weg. Ignis ist weg. Das ist doch scheiße. Oh, zwei Wege. Erstmal in den Raum hier. Mitnehmen, was hier mitzunehmen ist. Hier ist leider gar nichts mitzunehmen. Ah, da liegt ein Toter. Mein armer Noct. Bitte nicht weinen vor Angst. Hä? Ernsthaft? War ich hier nicht? Geh ich jetzt wieder zurück, oder was? Hä? Ich bin doch gar nicht den Weg gegangen. Ich muss doch eigentlich ganz woanders sein. Ich bin... Ich bin... ...durcheinander. Oder wir müssen da... ...durch die Tore. Das kann natürlich auch sein. Oh, fuck. Alter. Du dumme Sau, ey. Ey, damit hab ich nicht gerechnet. Du Schweinepriester. Scheiße, jetzt hab ich mich doch erschrocken. So ein Dreck, ey. Ich wollte hier kein Horrorspiel spielen. Von da sind wir gekommen, oder? Jetzt müssen wir hier lang. Da ist auch noch ein Tor. Vielleicht müssen wir da gar nicht lang. Ja, mir wird gleich schlecht hier, ey. Was ist denn das für eine Scheiß-Gegend? Ich will hier weg. Ich fühl mich hier echt nicht wohl. Oh, ein Fahrstuhl. Geht's jetzt nach oben? Oben ist gut. Oben müssen wir hin. Okay. Das sieht... Das sieht nicht gut aus. Das sieht... Och nee, noch mehr Wege. Nur noch wenige Meter bis zum Ziel. Bald hast du ihn zurück. Such den Zentrallift. Warum hilft er? Das sind etwas Kostbares auf dich. Naja. Prompto, oder wer wartet da? Halt die Schnauze! Ja, beste Antwort. Halt die Schnauze. Das denke ich mir auch die ganze Zeit, wenn er das Maul aufmacht. Wenn ich hier runterfalle, ist das aus mit mir. Deine ID-Karte funktioniert hier nicht. Anscheinend brauchst du eine andere. Ich muss ihn irgendwie aktivieren. Ja, ich muss ihn irgendwie aktivieren, aber das kann ich ja nicht hier machen, deswegen... Äh... Okay. Oh nein. Das ist man sicher, hä? Um den Lift zu aktivieren, musst du die Zentrallift-Karte finden. Und die liegt da, oder was? Oh fuck. Der kommt doch nicht hier hin, oder? Ja... Hahaha... Vielen Dank.